Der Zauberwald Seit der Premiere 1996 erlebten mehr als drei Millionen Besucher dieses spektakuläre Musical mit seinen 60 Hengsten und 55 Darstellern. Musik, Story und Co-Regie stammen ebenso von Christian Hain wie die faszinierenden 3D-Hintergrundbilder dieser zwei Stunden Show. Musik, Story und Co-Regie stammen ebenso von Christian Hain wie die faszinierenden 3D-Hintergrundbilder dieser zwei Stunden Show.